Hier der Blockstärz der Variante 2. Erinnere mal an die Ausführung bei der Variante 1, also eine Befestigung an einer Haltetau, Leine oder Stange, um einen Fixpunkt zu erhalten, in dem ein Block eingehängt werden kann oder einfach auch nur ein Seil hier durchgezogen werden kann, eine Leine, mit der man irgendetwas hochziehen möchte. Blockstärz bei Variante 2. Das ist unsere Halteleine oder Posten. Zunächst wird mit dem Stärz ein Rundtörn um die Leine gemacht. Dann wird die Leine von hinten um die stehende Part geführt. Und wieder 4 mal um die Leine getörnt. Einmal, 3 mal, 3 mal, 4 mal, abgeschlossen wieder mit einem halben Schlag. Wieder eine gute, sichere Aufhängung für einen Block oder Aufnahme eines Seils. Blockstärz bei Variante 2.